So, wir sollen ja für Ablenkung sorgen, heißt, jetzt wäre es möglich, what the, what the, drei Schnellboote. Willkommen zurück in La Rochelle mit unserer U552 und damit zu einer weiteren Folge von U-Boat. Wir sind im letzten Video ziemlich gut unterwegs gewesen, viel unterwegs gewesen, deswegen ist der Kraftstoff sehr, sehr niedrig. Wir werden jetzt das erste Mal, wirklich das erste Mal auftanken. Ich weiß gar nicht, wo ich das mache. Mache ich das hier im Lager? Genau, doch, also es geht durchaus. Wir haben 13 Tonnen Kraftstoff an Bord, 13 Tonnen Diesel, 13,7 um genau zu sein und das können wir jetzt quasi füllen. Boah, und der hat auch nur begrenzt Kraftstoff, Halleluja. Was sind denn 110.000 Kilogramm an Diesel? 130.952 Liter, weil 1000 Liter Diesel wiegen 840 Kilo. Das heißt, wir haben gediegene 130.000 Liter Diesel an Bord, 131, was echt krass ist. Okay, und das hat natürlich auch was gekostet. Im Vergleich aber sehr wenig. Also 97, es ist sehr günstig. Also Diesel kann man mal machen, kann man mal kaufen. Ansonsten können wir uns Munition holen. Das ist hier für Panzerbrechend und einmal für Hochexplosiv-Muni. Wieso eigentlich nicht, ne? Die sind auch nicht allzu teuer. Und wir werden die sicher irgendwann mal brauchen, aber jetzt nicht gleich übertreiben hier. Ich nehme mal 1000 davon mit, circa 1000. Genau, dann haben wir hier nochmal ein 1000er mehr und dann nochmal ein 1000er Panzerbrechend. Einfach nur als Reserve. Wir haben gerade eben ein bisschen Kohle. Und natürlich haben wir Großkaliber Munition auch noch dabei, was sich lohnen wird. Denn das ist für das wunderbare Deckgeschütz, soweit ich weiß. Ja, Großkalibrig. Und ansonsten schauen wir mal schnell. Das dauert alles auch. Das wird verladen. Das dauert noch alles. Ein Tag, neun Stunden, acht Minuten. Halleluja. Und natürlich Torpedos wieder auffüllen. Da haben wir zwei unterschiedliche Dampfgas- und elektrischer Torpedo. Ich kenne jetzt die Unterschiede nicht ganz, aber ich werde mir mal hier die Dampfgas-Torpedos gönnen. Und zwar so viel, bis wir quasi gut dabei sind und es dauert ewig, die zu verladen. Schaut mal. Zwei Tage, 17 Stunden. Also wir stehen hier in Weichen auf jeden Fall. Kleinwaffen. Kleinwaffen können nützlich für Offiziere sein, die sich für gefährliche Missionen nach draußen begeben. Kaffee, ganz wichtig. Kaffee holen wir uns auch. Wir sind einmal jetzt hier voll am Einkaufen. Natürlich, wie soll es anders sein? Lebensmittel lohnt sich natürlich schon ein bisschen was. Für die abwechslungsreiche Ernährung an Bord. Und ansonsten passt es, glaube ich. Dann sind wir wieder gut gerüstet. Und das Boot aufrüsten, habe ich schon geschaut. Das können wir nur im Haupthafen tun. Das heißt, wir sind jetzt wieder schön mit Kraftstoff voll. Wir müssen natürlich jetzt die Tage abwarten. Was ein bisschen blöd ist, weil logisch. Ja, jetzt haben wir alles verladen. Jetzt ist alles da. Hoffe ich doch mal. Wir gucken einfach mal im Hauptlager nach, was hier ist. Das sieht aber gut aus. Lüftung, Kombüse, Deckgeschütz. Ansonsten müsste das soweit passen. Und dann können wir wieder los. Denn wir müssen ja nach wie vor zurück. Und zwar, um genau zu sein, dahin. Wilhelmshaven. Und das werden wir jetzt dann machen. Wir müssen hier nur raus düsen aus dem wunderbaren Hafen. So, gucken wir mal, dass wir hier, so. So, und raus da. Und dann nehmen wir da nämlich eine neue Mission an. Und das machen wir gleich. Und da laufen wir gerade schön ein in Wilhelmshaven. Was da vorne ja wieder auf dem schönen Gebäude steht. Und jetzt können wir mal gucken, dass wir eine neue Mission annehmen. Also sprich, wir sind hier beim Leitenden Offizier. Da brauchen wir den Graf für natürlich. Dankeschön. So, dann gucken wir mal gleich. Jürgen Gänge erhält Punkte für die nächste Auszeichnung. Kritisches Leck repariert im Bugtorpedoraum. Und die deutsche Nationalhymne spielt im Hintergrund der Wahnsinn. Und was ist das? Aha, Georg Weber erhält eine neue Auszeichnung. Eisernes Kreuz zweiter Klasse. Die Dekoration des Eisernen Kreuzes wurde 1813 von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen eingeführt. Es hat eine lange Tradition im deutschen Militär. Es wird für einen einzigen Akt der Tapferkeit in der Schlacht verliehen. Der schwarze Kern besteht aus massivem Eisen und der Rahmen aus einer Legierung, die Neusilber genannt wird. Okay, und das erste Klasse kriegt er auch noch scheinbar. Wiederholte Tapferkeit in der Schlacht. Alles klar. Anstecknadel an der Hinterseite anstelle eines Bandes verliehen. Alles klar. Und wir kriegen irgendwann dann das deutsche Kreuz in Gold scheinbar. Sehr interessant. Oder er kriegt es. Georg Weber. Punkte. Nur Punkte. Und das ist unser Kapitän. Jawohl. Der Herr Graf kriegt auch ein Kreuz. Und das erste Klasse ist er bald dann dabei. Gut, da steht jetzt auch das Missionsergebnis. Wir haben 20.000 von diesen Credits bekommen. 33% Erfahrung. Tonnage versenkt knapp 6.000 tatsächlich. 5 Tage waren wir unterwegs. Inklusive wahrscheinlich auch der Pause quasi. Zurückgelegte Entfernung 10.600 Kilometer. Abgeschossen haben wir 3 Shots Thunderland Flugzeuge. Doch so viele, ne? Empire Lord, Empire Explorer Frachter. Und hilft den Verbündeten 2000 Kilometer im markierten Gebiet patrouillieren. Versenken sie feindliche Handelsschiffe mit einer Brutto-Registertonnage. Haben wir eh gemacht. Und da hier nochmal quasi alles was passiert ist. Sehr interessant. So, die Besatzung benötigt Landurlaub. Das ist ja geil. Ne, also grundsätzlich neue Befehle. Wir brauchen jetzt mal einen Auftrag. Aber schon mal cool, ne? Dass man auch so Auszeichnungen bekommt. Das wusste ich gar nicht. Eine Spionage im Hafen von Portsmouth ist, ähm, das was wir als nächstes machen können. Natürlich auch Operationsgebiet patrouillieren. Und hier oben rechts steht immer die Stärke, beziehungsweise Schwierigkeit. Wir machen mal die Portsmouth Spionage, hätte ich gesagt. Den englischen Kanal kennen wir ja mittlerweile ganz gut. Von dem her sollte das schon gehen. Das bedeutet, wir schauen jetzt aber auch nochmal bezüglich Verbesserungen. Wir haben jetzt 32.000. Ansehen sind wir fast fertig übrigens mit der ersten Stufe. Wir wollen mal gucken, ob wir unser Schiff verbessern können, bitte. Weil, das habe ich gesehen, wir können hier zum Beispiel Dieselmotor. Im Hauptquartier sind Forschungsdaten verfügbar, um diese Verbesserung freizuschalten. Okay, wir müssen Forschungsdaten zuerst freischalten. Wir können oder müssen davor auch hier forschen. Das heißt, wir haben jetzt hier verschiedene Forschungsstationen, zum Beispiel hier, die auch in verschiedenen Tagen abgeschlossen sind, wo wir Ingenieure losschicken müssen, damit die, beziehungsweise am besten eben Offiziere, damit die das überwachen und damit das natürlich schneller geht. Sehr krass und unter anderem sind das eben verschiedene Möglichkeiten. Verbesserte Toiletten, Ausrüstungsproduktion, dann sowas in der Richtung wie Sonartäuschkörper in Klammern Bolt. Die Forschung befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Eine Forschung vor dem 12.04.41 wird doppelt so lange dauern. Also was es nicht alles gibt. Deswegen, wir werden jetzt wahrscheinlich auch, je später wir dann irgendwann mal haben, desto mehr Möglichkeiten zu forschen natürlich. Weil, ne, dann gibt es schon mehrere Optionen. Hier haben wir zum Beispiel Batterie Stufe 1. In Hannover werden derzeit Forschungsarbeiten durchgeführt, die die effektive Kapazität der Batterien auf unseren U-Booten verbessern könnten. Aber hier, ne, wir haben keinen an Land, der den notwendigen Anforderungen entspricht. Also geht es noch gar nicht. Finde ich aber sehr krass, was man alles machen kann. Und man merkt dann auch, je später es wird, desto mehr können wir quasi modifizieren, verbessern und so weiter erforschen. So, weil wenn wir jetzt schon mal hier rüber gedüst sind, dann holen wir uns auch jetzt nochmal ein bisschen Kraftstoff. Auftanken. Die haben nicht mehr so viel. Schlimm. Gut. Sollen wir wieder für Nachschub sorgen. Und wir düsen. Auf, auf und auf und auf. Weil, wir sehen übrigens da, waren gerade bis eben noch zumindest, ein paar U-Boote gestanden. Sehr, sehr cool. Ja, die sind jetzt weg. Und wir düsen jetzt wieder los. Denn wir müssen ja spionieren. Und da bin ich jetzt auch schon gespannt, wie unsere Spionage ablaufen wird. Wir fahren jetzt erstmal natürlich raus. Und werden mal dann Richtung Portsmouth unterwegs sein, wo wir die Spionage absolvieren müssen. Wir sollen dann wahrscheinlich diesen Herrn, den wir an Bord bekommen haben, der da unten ist, der Herr Manfred Weber, auch einfach dort abliefern quasi. Abliefern und bestenfalls unentdeckt bleiben. Denn da steht, halte die Deckung von Manfred Weber aufrecht. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Spielung bei vorgesehenen Koordinaten absetzen. Optional können wir die Mission bei Nacht abschließen. Okay, alles klar. Gut, dann düsen wir jetzt einmal. Bin sehr, sehr gespannt. Und, äh, ja, also allein jetzt das ganze Thema Forschung, das ganze Thema Zusatzmöglichkeiten hier in dem Spiel, was da dazugekommen ist, ist natürlich hammermäßig. Und wir brauchen dann halt irgendwann auch Offiziere, die an Land sind, die dann unsere jetzigen quasi ersetzen, während die dann die Sachen beobachten, während das erforscht wird. Und da düsen wir jetzt auch schon raus aus Wilhelmshaven und los quasi Richtung Portsmouth. Wir werden jetzt schauen, dass wir ein bisschen wenig Kraftstoff verbrauchen, weil wir dadurch eben auf langsame Fahrt unterwegs sind und natürlich dann etwas mehr Möglichkeiten vor Ort haben, auch mit unseren, ja, ich sag jetzt mal, Gerätschaften an Bord zu arbeiten. Also Dieselkompressor oder zum Beispiel, was Sauerstoff betrifft, ein bisschen länger unter Wasser bleiben und dann den Dieselkompressor länger laufen lassen. Solcherlei Dinge einfach. Und natürlich können wir dann auch vor Ort ein bisschen mehr Stoff geben, falls es mal notwendig ist, für eine längere Zeit irgendwie abzuhauen. Dann haben wir da ein bisschen Reserven. Natürlich, da war ein bisschen Sichtkontakt gerade. Haben wir gerade, gerade eben verfehlt, aber das macht ja nichts. Jetzt, wir müssen ja eh halbwegs unentdeckt dann vor Ort zumindest sein. Heißt, wir werden jetzt dann, Herr Graf hat schon zwei zusätzliche Leute, der ist an der Zieloptik, das passt. Dann auf kleine Fahrt jetzt. Und jetzt sind wir quasi an der britischen Küste. Hier Portsmouth, der Hafen, da sollen wir den Herrn Weber abliefern. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Und wir machen jetzt schon mal eins. Wir gehen in den manuellen Zielmodus von dem Herrn und können jetzt mal hier ein bisschen die Möglichkeiten ausschöpfen. Finde ich sehr cool, dass hier auch eine Zielmöglichkeit besteht. Also vergrößern kann man das Ganze auch. Und jetzt stellt euch mal wirklich den Ego-Modus vor. Wenn wir da unterwegs sind, komplett im Ego-Modus, wenn wir irgendwas aufklären wollen, müssen wir halt quasi hochlaufen, einmal komplett gucken, ob da jemand ist oder nicht. Und was es halt auch hier für Einstellungssachen gibt, ne? Blau, Farbfilter mäßig. Was ist das? Erkennungshandbuch, genau. Dann wissen wir, was das ist, was das sein müsste für ein Schiff zum Beispiel. Ähm, dann hier sowas wie... Was ist das genau? Ein Stadimeter, Werkzeug, mit dem man Entfernung zum Ziel ermittelt. Halleluja, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Ach ja, das ist mit Geisterbild rotieren, so. Was ist das heftig? Ja, was ist das krass? Also, mit was für Detail und Liebe das gemacht wurde. Hier so eine Stoppuhr. Alter Schwede. Schon hammermäßig. Und dann natürlich hier, ne? Das Wichtigste. Ja, also, es gibt viele Möglichkeiten. Man muss es halt dann nur umsetzen. Und da bin ich schon sehr gespannt, weil da kann man wahnsinnig viel Zeit investieren und das echt gut machen. So, aber der Herr Graf darf trotzdem da bleiben, ne? Herr Graf, gehen Sie wieder in die Zieloptik. Dienst ist noch nicht vorbei, besonders jetzt nicht. Jetzt, wo wir sie brauchen. So, wir gehen jetzt aber auf halbe Fahrt. Solange niemand in der Nähe ist, müssen wir so ein bisschen ausnutzen. Und wir haben aktuell eine recht hohe Sichtbarkeit. Das ist auch relativ gutes Wetter. Ich würde schon fast auf Seerohrtiefe oder auf Deckfluten gehen. Einfach nur wegen Flugzeugen hier. Die haben hier in der Nähe sicher eine Flugstation. Wir gehen auf Seerohrtiefe, weil wir sonst eben Probleme kriegen werden. Zu 100%. Wenn da ein Flugzeug kommt, ist es schon zu spät. Das sieht uns früher als wir das Flugzeug. Genau. Ansonsten, der Herr Weber, der hier ist, mit dem sprechen wir mal kurz. Der möchte mit uns reden. So, Manfred Weber grüßt Klaus Graf sehr offiziell und erklärt, dass er während dieses Einsatzes den Befehl erhalten hat, sich der Besatzung von U552 anzuschließen. Klaus Graf bestätigt, dass sie auf ihn gewartet haben und führt ihn durch das Boot. Sehr schön. Gut, also das ist quasi nur das formelle Hallo, was wir hier quasi gemacht haben. Ansonsten, oh, das sieht so genial aus, wenn so ein U-Boot taucht. Wechseln auf E-Motor. Tada. Und da haben wir auf E-Motor gewechselt. Ich wundere mich, warum wir hier eigentlich Wasser haben. Wahrscheinlich durch die ständige Rein- und Rausgehen. Wir schalten mal kurz die Lenzpumpe an. Dadurch wird das Wasser, vor allem hier im mittleren Bereich, stark abgepumpt. Falls hier Wasser wäre, wird es auch abgepumpt werden, aber nicht ganz so stark. So, man sieht, jetzt wird das Wasser in den Abteilen weniger. Das Ganze sinkt und wir haben dadurch auch ein bisschen weniger Gewicht an Bord, was wieder gut ist fürs Auftauchen, für schnelle Manöver und so weiter. Passiert einfach, wenn man da reinkommt von oben, dass da ein bisschen Wasser mit reinkommt. Kann ja mal vorkommen. So, ansonsten, das sieht halt so genial aus hier, ne? Es sieht halt so genial aus. Besonders, wenn es schönes Wetter hat und das Wasser schön blau ist. So ein riesen U-Boot, wie es sich fortbewegt. Finde ich genial. Und da sieht man nochmal ganz cool die Kavitation an den Schiffsschrauben. Natürlich ist es heutzutage alles ein bisschen anders, aber wenn wir schneller fahren, müssten wir auch mehr kavitieren. Das will ich jetzt mir mal angucken, ob das dann auch wirklich so ist. Guck mal. Ja, wir fahren jetzt mal kleine Fahrt und schauen, ob es deutlich weniger wird. Ja doch schon, ne? Ist viel kürzer. Viel kürzer und weniger. Und das merkt man natürlich auch. Das sieht man auch hier. Ähm, wenn man ein bisschen Stoff gibt, dann kommt da der Kavitationsfaktor dazu, unter anderem. Vor allem beim Thema Geräusch-Signatur. Wenn wir das jetzt mal hier machen. Schneller, schneller! Kavitation, genau. Plus 87, plus 88 dB. Das ist schon echt krass dann. Die Kavitation macht sehr, sehr viel aus. So, aber wir haben eine recht geringe Sichtbarkeit. Und ich denke auch nicht, dass hier U-Boote sein werden. Wir schicken aber einen trotzdem mal, Herr Graf, Sie können mal kurz in den Hochraum. Wir sollen mal kurz hören, ob wir da wirklich irgendwas haben. Und wenn nicht, dann passt das. Dann können wir entspannter reinfahren. Wir fahren jetzt aber trotzdem mit ein bisschen Stoff. Weil wir wollen ja nicht, dass wir jetzt hier entdeckt werden. Beziehungsweise, ne? Zu lang brauchen. Und dann haben wir im Endeffekt ein Problem. Weil vielleicht dann doch jemand dazukommt. Oder zufällig mal vorbeidüst. Und das heißt, so sind wir auf der sicheren Seite. Und von uns sieht man nur dieses kleine Röhrchen da oben rausgucken. Finde ich auch mega. Das ist halt immer das Schöne an dem U-Boat. So, wir müssen dann hier schon langsam das Drehen anfangen. Wir gucken einfach mal, ob das jetzt hier auch so ausreicht. Ja, hat gereicht. Gebiet verlassen und Bericht ans Oberkommando schicken. Machen wir sofort. Wir drehen. So, wir drehen, wir drehen, wir drehen. Mission abgeschlossen. Und wir schauen, dass wir hier rauskommen. Ganz wichtig. Wir haben ein Funk-Telegramm vom BDU erhalten. Was wollen die denn jetzt schon wieder? Hören wir mal, was die zu sagen haben. Hafen in Portsmouth infiltrieren. Neue Missionen. Unser Spion, Herr Weber, hat berichtet, dass sein Ziel in Hafen in Portsmouth schwer bewacht wird. Seine Mission hat oberste Priorität und muss unter allen Umständen erfüllt werden. Ihre Aufgabe ist es, jede Ablenkung in Hafennähe durchzuführen, um damit die Aufmerksamkeit der Hafenverteidigung auf sie zu lenken. Oh Gott. Okay, also wir müssen einen Krawall machen. Ist ja eigentlich nicht verkehrt, ne? Weil unser U-Boot oder beziehungsweise die Besatzung unseres U-Boots ist ja dafür bekannt. So, wir haben schlechte Luftqualität. Das heißt, wir müssen auftauchen. Was wir jetzt mal machen werden. Auftauchen. Tanks anblasen. Wir checken gleich mal, wie viel Druckluft wir noch hinten drin haben in den Tanks. Alle Druckluft sind voll befüllt, okay? Weil die müssen wir jetzt dann gleich nochmal kontrollieren. So, der dreht das Ventil auf. Auf geht's. Jetzt werden wir wieder auf Diesel schalten. Das Ganze tut sich jetzt füllen. Das geht immer recht flott, deswegen ist es eigentlich super, dass wir das so machen können. Der Dieselkompressor, den kann man auch mal anschmeißen, wie man sieht, ne? Der wird jetzt schön leer, beziehungsweise die Drucklufttanks können wir entweder mit Diesel oder Elektro füllen, weil wir natürlich jetzt hier den Diesel nehmen. Elektro können wir gebrauchen für Unterwasser. Der wird ja auch gleichzeitig geladen, während die Dieselmotoren laufen. Das heißt, Diesel ist quasi unser Top-Treibstoff hier an der Stelle. Wir müssen nur gucken, dass wir hier quasi ohne Probleme rauskommen. So, den Dieselkompressor lassen wir kurz laufen. Schauen wir mal, wie es ausguckt. Wir haben einmal Küstenwache. Oh Gott. Inklusive Corvette. Sofort tauchen. Auf Seerohrtiefe. Große Fahrt bleiben wir. So, der Dieselkompressor läuft aber noch nach wie vor. Den würde ich auch noch laufen lassen. Den können wir vielleicht gut gebrauchen gleich. Wir müssen jetzt echt nur aufpassen, wenn da hinten echt eine Corvette ist. Ich sehe schon da hinten so leicht den Schatten davon. Wenn wir uns das mal angucken. Ja, wir haben keine Sicht mehr drauf. Wir haben keine Sicht mehr. Wir werden jetzt eh gleich tauchen. Ich sehe aber da hinten noch so einen Schatten. Beziehungsweise so ein... Schauen wir uns das an. Ja, eine Corvette ist das. Mit natürlich... Ne, Bewaffnung. Hat das Ding auch Torpedos. Und hier sehe ich nicht, ob das Ding Torpedos hat. Aber was ist das? Das könnten welche sein, doch. Das sind höchstwahrscheinlich Torpedos. Aber wir sehen die nicht mehr. Gut. Dass die uns sehen, relativ unwahrscheinlich. Wir sind ein recht kleines Ziel. Und jetzt, wo wir unter Wasser gehen, sollten wir da relativ safe sein, denke ich. Wir wechseln auf E-Motor. Oh, wie es ausschaut. Wie es ausschaut. Alter Schwede. Leute. Leute von heute. Und man hört halt einfach den Dieselkompressor. Schauen wir mal kurz, wie weit der ist. Dann müsste er gleich fertig sein. 190. Ja. Der verbraucht die verbleibende Luft im Boot. Ja, das ist schlecht. Wen haben wir da denn? Ein Vogel. Ah, den Vogel können wir nicht steuern. Wir können, wenn überhaupt, hier einen Kommandanten steuern, offizieren. Gut. Dann, der Herr Gänge schaltet mal den aus, weil unsere Frischluft soll da jetzt nicht verbrauchen. Zusätzlich dazu, damit wir weniger Frischluft verbrauchen, was jetzt gut möglich oder nötig sein kann, machen wir das Licht auf blau. Jawohl. Dadurch wird unser Moralboost durch die normale Beleuchtung weggehen. Dafür aber kriegen wir einen Boost beim Thema Sauerstoff. Wir haben Kontakt. Wo genau? Da hinten wieder. Okay, die sind nach wie vor vor Ort. Jetzt schaut euch das an. Jetzt kriegen wir quasi jetzt, genau, Schleichfahrt, blaue Beleuchtung, minus 15% Sauerstoffverbrauch. Dafür fällt jetzt aber das weg. Gut. Alles klar. Das ist jetzt quasi unser Ziel. Der Kompressor ist aus. Wir haben 206 Bar. Das reicht erstmal. Und jetzt schauen wir dann gleich mal, wie wir das genau machen können, beziehungsweise was wir machen können. Wir sind auf jeden Fall auf halber Fahrt. Sieben Knoten. Kavitation haben wir aktuell. Was nicht so gut ist. Wir machen eine langsame Fahrt. In der Hoffnung, dass dann die Kavitation weniger wird. Beziehungsweise bestenfalls sogar weg geht. Ja. Die Kavitation ist weg. Heißt, wir sind jetzt deutlich leiser. Immer noch laut, aber leiser. Den Kreiselkompass könnten wir auch ausmachen. Dann sehen wir zwar weniger, beziehungsweise fast gar nichts mehr. Aber wir werden auch nicht so leicht gesehen. Kreiselkompass ausschalten. Genau, da sieht man es auch nochmal. Kreiselkompass, wenn er in Betrieb ist, zeigen alle Kompasse an Bord nach Norden. Und wenn der aus ist, dann ist quasi hier auch unsere Geräuschsegnatur deutlich niedriger. E-Motor, lustig nicht, dass der E-Motor so ein Geräusch macht, so ein hohes Geräusch. Ansonsten passt das. Wir können noch ein bisschen näher tauchen, also näher zum Grund. Ein bisschen tiefer gehen. Und, oder, das könnten wir auch machen, dann sind wir aber komplett blind. Unsere, hier, unsere Sicht verhindern, sagen wir es so. Indem wir das Periskop einfahren. Wenn wir das tun, dann haben wir aber deutlich, deutlich Probleme, was Sicht betrifft. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal. Wir müssen ja wissen, wohin sich der Feind bewegt, unter anderem. So, wir fahren jetzt mal. Und sind jetzt aber mit guter Schleichfahrt unterwegs. Radartechnisch, beziehungsweise auch geräuschtechnisch fast gar nicht zu sehen und zu hören. Auch wenn die hier ganz in der Nähe sind. Wir sollen ja ablenken, aber ich will mich jetzt nicht mit zwei Motorbooten und einer Korvette anlegen. Ich glaube, die Korvette ist kein Problem, aber die Motorboote rauszunehmen, das kann echt schwierig sein. Weil die werden sicher auf uns feuern, mit allem, was sie haben. So, okay, jetzt geben wir mal ein bisschen Stoff. Große Fahrt. Mit zehn Knoten wird das wahrscheinlich sein, oder? Ah, neun aktuell nur. Da machen wir Kapitation, aber unter Wasser. Und solange wir hier keinen sehen, halbe Fahrt, auftauchen. Sauerstoff kurz und wieder tauchen. So, genau. Und dann den Dieselkompressor, beziehungsweise Elektrokompressor können wir anschmeißen. Kommen wir mal, was der an Geräusch erzeugt, falls wir jetzt den anmachen. Dürfte ja deutlich leiser sein und der verbraucht halt, das ist das Gute. Keine Frischluft, oder? Doch, braucht er aber weniger, deutlich weniger, als der Dieselkompressor. Wahrscheinlich, weil er auch weniger Druckluft reinpumpt. Er muss ja die Luft irgendwo hernehmen, gibt ja Sinn, ne? Er muss er ja logischerweise dann aus der Kabine nehmen, wenn er es ja nicht von außen nehmen kann. Er braucht ja die Druckluft, eben, um die Kompressoren wieder zu füllen. Beziehungsweise um die Tanks zu füllen, mit dem Kompressor eben. Zwei Flugzeuge direkt über uns. Die dürften uns aber nicht sehen. Das war nämlich auch für meine Vermutung. Okay. Die dürfen uns nicht sehen. Ne, sehen sie auch nicht. Wenn wir unter Wasser sind, könnt ihr uns eigentlich nullkomma gar nicht sehen. So, wir sollen ja für Ablenkung sorgen. Heißt, jetzt wäre es möglich. What the? What the? Drei Schnellboote. Mit denen sollten wir uns eigentlich jetzt eher nicht anlegen, oder? Was meint ihr? Wir müssen ja nur kurz ablenken, normalerweise. Lenkt die Hafenwache ab. Leute. Wenn das mal gut geht. Wenn das mal gut geht. Ja, theoretisch können wir das schon machen. Aber wie? Ist die Frage. Aber wie? Sollen wir die versenken? Wollen wir es probieren? Wie es in den spannenden Schlachten weitergeht, werden wir dann im nächsten Video von Ubode erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Vergesst nicht den Like und natürlich das Abo dazulassen, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao.